so aber ich würde ganz gerne noch mal so ein ding hinterher jagen kommt jetzt grün gleich ja komm was kommt grün es müsste doch eigentlich die biomasse hochgehen oder naja schneller geht es auch nicht gut nächstes wir gehen hier mal gucken was wir noch so machen können blumenstreuer haben wir ja schon 35 tonnen was ist das nahrungssüchter macht auch nicht unbedingt ein bienenstock bei 80 ton 140 tonn baumsamen oder gibt es baumsamen freischaltung bei 500 gramm heißt bei 500 gramm verwirrt haben was heißt bei 500 gramm ja ich erst gleich was kleinen moment ach so insekten 50 kilogramm was heißt denn das was brauchen wir denn da jetzt 80 tonnen biomasse pflanzen insekten muss man erst finden oder so keine ahnung heizung 5 gott das sind ja das sind ja 8,3 ich nehme das aus kiloton heißen so meine fresse ich glaube ich muss mehr man die biomasse wärme ist es super fände ich die geht schnell hoch sauerstoffen ja geht auch aber der luftdruck der ist ganz miserable und biomasse ok ich werde noch mal biomasse herstellen was für die bio das sind bloß 27 also hier nicht bio sondern er doch biomasse die pflanzen hier das sind 27 an die warte mal dieses dieses labor hier in der tat man das bringt ja hier tausend ja auch bus 13 er bin ich mehr gehabt letztens alles war ja dieses denken ja auch nicht ok dann kann ich muss das ding bauen oder das ding bauen das ding bringt 27 und das ding bringt 52 aber der profit der zweimal legierung und der auch zweimal legierung ok also dieses ding werde ich jetzt zweimal bauen pech geht nicht anders wir brauchen unbedingt mehr pflanzen also brauche ich jetzt zweimal dünge und ich habe natürlich kein schwebel mehr doch zweimal schwebel habe ich noch so dann brauche ich jetzt 6 6 also mal schnell sechs mal 1 2 3 4 5 6 und 4 aubergine wird das richtig rechnen so jetzt müssten wir nicht alles haben einmal zweimal zweimal legierung und dann haben wir alle schon oder gibt meine schöne legierung wieder drauf nehmen wir gleich hier raus weil wir schon mal hier sind ach ich habe meine pflanzen jetzt vergessen mitzunehmen natürlich nicht und dann stellen wir den an nein das ist ja vier mal gut ich will trotzdem mal kurz mal gucken bevor ich das da rein schmeiße wie das biomasse jetzt hoch geht ungefähr okay sagen wir mal alle zwei sekunden und jetzt nehmen natürlich das hat die meisten das hat 300 150 jetzt brauche ich ja gar nicht doch brauche ich auch nicht das brauche ich nicht hier und dann hat das jetzt glaube ich 600 aber daran habe ich bloß einmal ach so wir brauchen einmal obwohl wir hätten den anderen mit den weißen blumen werde ich mal lieber das auch einsetzen sollen ich glaube das wäre besser gewesen und darin naja ich trinke hier haben wir auch so ein ding stehen da habe ich noch gar nicht eingebaut keine pflanzen war es oder gehen die pflanzen von server weg nee warte mal hier sind wir sind 400 wir bräuchten aufwendet alles gleich auf die alle gleich aussehen so ein bisschen eigentlich bräuchte man ne okay bevor ich erstmal gar nicht reinmache werde ich da erstmal noch einen 400er rein kloppen der war glaube ich hier ne ne nehmen wir den ach hier die übrige tür einbauen habe ich so ein blumenstreuer und habe vergessen da was rein zu machen ich trottel und da stehen die blumen sofort nach guck mal so dann gucken wir noch mal ganz schnell ob es jetzt höher geht also vor ihm gerade war ja so alle zwei sekunden sage ich mal gut jetzt sind es nur noch eine sekunde 1,8 sekunden du scheiße das dauert ja ewig oh man ey was kommt denn überhaupt als nächstes bei 750 das könnte ein bisschen eher erscheinen was haben wir hier baumsamen verteilen oha dann könnte der mehr sauerstoff vielleicht bringt bei 6,00 eine ppm ppm ach du scheiße das wird ja noch ewig dauern strom haben wir noch 528 da dauert ja noch ewig ich das wüsste war das heißt hier 50 kilo ja was 50 kilo 50 kilo tiere oder was wollen wir erstmal essen haben wir eine tage so gut machen wir als nächstes theoretisch würde ich ganz gerne den bohrer noch mal nehmen und dahinten da hinten hin aber ich werde es auch tun so wir brauchen einmal zweimal aus dem jungen einmal iridium stadt haben wir noch ein jub wo wir noch 222 laufwerke und vertriebwerke so dann brauchen wir einmal legierung einmal aluminium und einmal titan einmal aluminium und einmal titan so aber ich habe ich essen trinken mit es mal mit trinken habe ich mit sauerstoff stelle ich mir noch mal ganz schnell noch mal her am besten zweimal gleich der sicherheit und ab die post fliegen wir mal zu alien höhle ich hoffe dass die planeten da hätten wir sind öfter runter kommen mit 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 ihr wisst schon super legierung war das ja doof dass die verschwinden aber was er eben auch schon so war das da das glänzt so schön deshalb etwa aluminium nein das ist es nicht das ist wie der hobald das ist ja cool hier mit dieser alien höhle hier findet er hier schönes ach war ja klar dann wollte wieder ab weil ich kann ja mal weiter hier hingehen hier wollen bei der war das hier war das hier das tor hier ist es tun kann es ja mal hier einstellen und werden dass er hier auch bloß eisen hat der gute ach komm ich denke mal ich denke mal ich bin das nicht also ich denke mal dass es hier in aus dem höhle sein soll ich kann mir nur vorstellen dass wieso kann ich den namen nicht lesen ach so das war ja da siehst du da wollte ich noch mal hin wo war das jetzt ich denke mal dass der nahe der bohrer zwei oder so oder der drei wo man einstellen kann was man haben will weil wir hier dunkel wien dunkel wien wir wissen was ich sagen aber hier lang her mal ist das dunkel ich hoffe dass ich platz in der täscher habe obwohl ich den wir noch trinken nämlich keiner weg gleich essen nämlich keiner gleich weg sauerstoff noch weg ja hier sind wenn eine auch in einer schlucht ich bin hier immer lang ich sollte wirklich mal komplett die wände im abgucken wer weiß ob ich den eingang gefunden hätte wenn ich hier so lang gelatscht wäre na gut erstmal jetzt so dunkel dass man hier reingehen also sie müssen definitiv aliens sein dass ich sogar schon die materialien in der luft schweben so und gibt mir alles hier hier aber was habe ich jetzt erlegt das würde mich mal interessieren was habe ich hier zerlegt ja gleich ich nehme es lieber gleich bevor ich sterbe ich will jetzt nicht jetzt zurückgehen kann ich hier hier ist doch irgendwann mal das doch das ist doch ein solarpanel oder sowas oder das hat eine oder das hat eine fliesenkante von herr von herr von der küche ich denke mal dass das hier auch irgendwann aufgehen wird und hier kann ich komischerweise nichts mehr zerlegen wo ich komme hier oben rüber war das sind die ist aber damit kann ich leider nicht anfangen weil ich das licht aus mache na gut sieht man sieht man gar nichts nee das kann ich nicht zerlegen und gar nichts ok kann ich auch nicht das könnte man verlegen warum denn jetzt nicht heizung heizung die nehme ich da mit alles mit dem wort umsonst ist siehst du dann müsste ich ja noch mal dann müsste ich noch mal rüber in die anderen raumschiffe und wenn da die heizung ausbauen will ich kann umsonst heizung hinstellen so hier komme ich auch halt guck mal zerlegen da oben ist auch noch irgendwas eine kist oh ein chip uran warte mal vom titan habe ich genug dann nehme ich lieber das mit äh dat mit dat mit cool ich bin ja begeistert das ist so verwinkelt hier man weiß gar nicht ne ob man hier irgendwas vergisst weil ich hier hinten schon ja ja das war ja hier genau da bin ich hier gelatscht hier sind noch so eine klappe auch noch so hier so noch was klappen schon wieder wartet mal das raus das nehme ich mit das ist so ja das ist so wieder was neu ist scheiße essen kommt trinken nämlich einmal mit dann nämlich um aluminium mit ok oder muss ich hier noch mal her aber die dinge würde ich ganz gerne mitnehmen könnte ich auch einfach hinstellen für umsonst theoretisch hätte ich jedoch auch hier hinstellen können ich trottel wartet mal das mache ich auch das mache ich auch ich werde mal 1 2 3 4 1 2 3 4 ich werde das ding einfach jetzt nehmen klar natürlich vorne hätte ich schon bauen ich will einmal kobalt mensch misst warte mal hier oben war noch eine kiste wo sie zeig dich mensch nein wo war denn das jetzt eingang kommen wir müssen noch mal hier ganz kurz was zurücklegen so hier runter spricht was spricht denn dagegen wie folgt bin ich war da mal kann ich alles mitnehmen ja was spricht der gegenwärtig einfach hier draußen jetzt hinstellen wartet jetzt wieder hallo um nein hallo so komme ich nicht hoch jetzt ne was spricht der gegen wenn ich das hier draußen hin baue und zweimal strom habe es waren die großen es waren die kleinen aber ich brauche ja nicht doch doch die großen wandert man zweimal strom für umsonst besser geht es doch ja nicht so dann nehme ich das wieder mit hier in die tage was war jetzt wichtig das war das war das war das war das war dann muss ich drüber noch schnell die andere kiste halt nein hier unten durch erst mal hallo dass wir runter dann da hallo dass man immer durch ist denn das hier und dann nehme ich hier das alles wieder raus ja das war natürlich super deswegen es sich warten nämlich jetzt somit so na siehst du zweimal strom für umsonst besser geht es doch ja nicht mich durch oh hier oben ist ja noch eine tür okay das kann natürlich wieder nichts verlegen zumindest jetzt noch nicht okay aber ich sollte aber ich habe draußen doch ich habe draußen nicht hingestellt habe ich jetzt was dafür in der tisch natürlich nicht nein ich bin voll acht mensch ich sterbe schon wieder habe ich mir nicht zweimal sauerstoff mit genommen habe ich die sauerstoff flasche jetzt da drin gelassen ich trottel also ich bin mir sicher dass ich nur einige genommen habe das war jetzt wieder doof entschuldigt bitte die denn sortieren wir mal das war jetzt ein bisschen ich habe schon wieder fünfmal regierung so raus 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 aluminium aber ich finde das gut dass wir wieder zweimal strom haben dann für umsonst mehr oder weniger für umsonst so essen essen halt den chip bitte das was vernünftiges sein karteninformationsrakete was denn das für ein quatsch also müll brauche ich nicht ach mensch das war jetzt blöd vier uranstäbe haben wir iridiumstäbe uran haben wir zweimal warte mal wisst ihr was ich holen wir noch uran erst mal nicht sauerstoff geht auch ein bisschen höher ach jetzt sehe ich erst mal was das heißt also 11.799 ppq pro sekunde stelle ich jetzt her ja oder wie soll das bedeuten er muss ja weil die zahl ändert sich ja nicht unten haben wir 5.809 gramm pro sekunde ok ist immer noch so wenig ich bin will ich hier brauchen wir 750 das da wären wir 750 dann haben wir denn konfusionsgenerator erkennt wo sonst generatoren ist eigentlich ja brauche ich jetzt eigentlich nicht unbedingt das wäre nicht das wäre nicht schlecht aber qqm warte mal ppm ja kommt das bei naja bei 1000 das dauert ja noch ewig was haben wir ja noch als nächstes hier war dass das baumsamen verteilen das habe ich ja gerade saatsstreuerakete das wäre geil bei 650 mti die ist ja heute gar nicht mehr so lange also jetzt ich sage mal jetzt nicht so lange ok wartet mal ach so ich will mal wegen der rakete gucken was wird alles für ein quatsch brauchen ja genau so bei legierung starb ja nicht klappt ich soll nicht so wenn das mit den bienen erst mal alles haben wenn die tierchen alle hier rumfliegen hoch und wir sind ja auch schon bei mal geht ziemlich schnell eigentlich dann haben wir bald kräuter den kräuter thema natürlich gerade gelagert habe so was ist das hier dna manipulator kann ich meine dna manipulieren der bild nicht mehr dagegen der ich war oder wie oder was also wartet mal ich habe letztens gesehen es ist zwei habe ich ja schon das habe ich ja schon aber das tat beweglichkeit hat stiefel als hat die jetpack in 30 prozent warte mal das habe ich ja noch ja nicht ach ich muss das erst bauen um das zu bekommen warte mal rucksack 3 was hat man damit in der warte noch für den rucksack auch da habe ich fünf schon ach so der rucksack der rucksack fünf war ja unten ja der war ja hier jetpack zwei habe ich ja ne warte mal ich guck mal ja das ist jetzt mal dann kann ich ja noch was herstellen dann bin ich noch schneller ok das steht das mal her aluminium aluminium lappen lappen das probiere ich mal aus aluminium aluminium lappen lappen